Was geht'n bei denen ab, Alter? Alter, er fäppt halt wirklich, das ist widerlich. Alter, jetzt fäppen hier schon drei. Alter, ich will hier raus. ERIKA! Was müssen wir machen? Jo, ich schwapp' jetzt von dem rechts neben mir, wer ist das denn? Alter, Kevin, Mann! Liebe, liebe Freunde, habt ihr alle, seid ihr alle ready? Also generell. Jawohl! Ja, okay, also. Also, ich wollt' was sagen, Leute. Hier, hier drüben. Johnny, du bist der mit dem... Zu meiner Rechten, ne? Ich kann dir den jetzt zeigen, mein Freund. Ich bin der im Gestreifen. Ja, siehst den? Der im weißen Tanktop, das ist Ola, richtig? Das bin ich hier. Und gegenüber sitzt Kevin. Hi! Genau, da hinten gestreift ist der Leipziger, der Sachse. Oder fast. Und hier im wunderschönen... Applaus, Applaus! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Er streichelt einfach seine... Also, wir haben uns versammelt, um uns gegenseitig die Kugel zu geben. Wenn ihr ready seid, legt ihr einfach eure Hand auf diesen Button. Mit dem Mausrad könnt ihr, genau. Oh, ich bin ready. Okay, okay. Oh, oh! Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, okay. Jetzt ist es ranked. So, ich muss nach vorne. So, das haben wir. Vor allem, das ist einfach wie... Brrrr, brrrr. Okay, okay. Okay, okay. Okay, Leute. Max, Max. Guck hier. Leute, Konzentration. Das ist hier wirklich High-Elo-Nachlade-Play. Ah! Oh! 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 Warte, ich krieg die wieder. Komm wieder her. Kann ich da runter? Okay, komm ran da, komm ran da! Ich, ich... Oh, Gott. Leute, ich zeig euch mal... Ja? Ich zeig euch mal, wie der Profi das macht. Ah! Komm hoch, du Magazin! Ich versuch wieder, an meine Pistole ranzukommen. Die ist weggerutscht. Johnny hat ja gerade beide Sachen in der Hand, ey! What the fuck? Ich bin fucking ready, Alter! Ja, ja. In der Hand hab ich sie auch, aber ich... Nein! 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 Siehst du das, Kevin? Es reicht sich! Nein! Oh nein! Ich hab mein Magazin weggeschissen! Maxim, geh mal her! Warte, Max. Max, du spielst zusammen, okay? Ich versuch schon, meine Waffe rüberzuwerfen. Okay, hier. Kevin, ich hab die Hand auf. Oh nein! Mein ist auch Out of Rage! Ja! Oh! Oh, das war so knapp! Das war so knapp! Ich hab's fast gefangen! Alter, was machst du denn Zola, ey? Genki-Dama? Ja, du hast es gelassen! Ja, du hast es gelassen! Ah! Ah! Vielleicht solltest du mich... Ich sehe jetzt mal wie Max da freidet, ey! Vielleicht solltest du dich mit der anderen Hand abstützen! Okay, warte! Und die Tür wird sich einfach... So, jetzt warte! Alter, ich raste aus, ey! Ey, das ist rotatend! Ich würde sagen, wir starten neu! Ich glaube, der Trick ist, alles ganz langsam zu machen! So! Wie mache ich meinen Daumen da? Was ich hier mache? Nein! Ah! Nein! Alter, jetzt werf ich Color! Warte, warte! Nein! Ich bin verhakt! Können wir nochmal restarten? Ja, 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 ja! Ist gleich drin! Ist gleich drin, Leute! Ja! 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 Ich habe ihn gleich drin! Ja! Meine Moni ist drin! Oh! Bei mir hat's Klick gemacht! Oh! 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 Junge, Junge, Junge! Oh nein, der hat in die Ecke geflogen, Alter! Soll ich da ganz alleine hängen, wenn ich zu dir das spreche. ... Maxim ausrichten. Ich werde der Kugel... Oh, 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 oh! Nee. Oh, die Kugel, ich glaube, es ist ausgerichtet. Was? Hört auf, Schummann! Ich will das einmal geschafft haben, so eine Kacke. Fuck, die ist in meinem... OOOOOO! Das ist der Hennuriff! Du Arsch! Ich will das einmal geschafft haben! Batsdruck! Jetzt höre ich mir Johnny, warte! Ihr Scheiß-Mixer! Nein! Alter, Kalle blüft es wieder weg, ey! Ich schieße es mit der anderen Hand. Oh, Zola, das sieht gut aus. Das sieht gesund aus. Oh, 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 oh. Zola ist aber besessen. Alter, Kalle. Kalle, was ist bei dir los, ey? Was ist bei Kalle los? Oh, dein Stuhl. Kalle, bitte setz dich wieder. Kalle, setz dich. Alter, Kalle. Kalle, bei dir ist... Bei dir ist komplett Ende. Ja, restart. Wie gesagt, die russischen Gena, die sind gut. Wenn man Leute töten will. Nein! Probier Long Range. Ach, scheiße! Ah, fuck. Fuck! Oh, 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 das war schon... Alter! So schnell! Alter, Zola, du lernst ja schnell! Alter! Deshalb muss ich nicht jetzt mal ausreifen. Alter, so kann man sich nicht konzentrieren! Oh Gott, oh Gott, schneller, schneller! Alter, ich krieg das dreckige Scheiß-Magazin nicht in meine befickten Hörnwaffe! Alter, ich hab keinen Bock mehr, ich töte jetzt Kalle! Nein, 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 nein! Mit dem Daumen, mit dem Daumen! Machst du die gleiche Perspektive wie ich? Ich glaube schon, ich seh direkt mit in der Mitte. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh! Leute, 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 Leute! Leute, 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 Leute! Haltet, haltet euch! Ja! Ja! Oh, Junge, Junge, hör auf zu ballern! Oh, ich hätte mich jetzt getroffen, wenn wir 10 von 10 gewinnen. Oh, Kalle! Kalle! Der Imperator muss fallen, Kalle! Nein! Oh nein, meine Waffen fällt! Nein! Die ist sehr weit weg! Warte, 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 warte! Haltet die Fresse, ich hab's jetzt! Ah! Kommst du noch ran! Maxine Töne gegen Bonuspunkte! Nein! Kalle, nein! Du kommst nicht mehr ran, oder? Scheiße, scheiße! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Warte, warte, warte! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Oh, scheiße! Scheiße! Kalle, du stirbst jetzt! Nein! Warte mal, ey! Pass auf, mit dem Dauk! Ich schieb's zurück, Max! Nein, 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 nein! Ich versuch nur, die Waffe aufzunehmen! Ich schieb recht zurück! Nein, 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 nein! So, ich glaube, so ist die Waffe auf Maxim gerichtet! Drei! Warte, nein, ich schieb's auf Maxim! Drei! Ach so, du hast gar keine Ahnung! Ich versuch jetzt, dass du jetzt jetzt hochkommst, Alter! Der gucklecker hat das Zeitz und so! Warte, 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 warte! Jetzt! Ihr lacht, ihr lacht! Aber jetzt! Wo ist denn Zeigefinger? Es ist, äh, der hier! Ich hab jetzt die Patronenhüse! Ich, 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 ich... Na, wo ist der Kitzler, liebe Pistole? So, ich werfe jetzt die Hülse zu... Wow! Wow! Hab ich, hab ich getroffen? Nee! Alter, meine, meine Hand wandert halt immer automatisch! Bleib doch mal vorne, du verkackte Hurenhand! Klar drin! Ah, vorbei! Bielen! Anlegen! Ich hab wieder meine Hand! Feuer! Ah! Nee! Hä? Der schießt nicht! Nee! Du ist nicht drin! Komm, nimm wieder an das Sola! Oh, jetzt, jetzt, jetzt ist es drin! Okay, okay, ich hab meine drin! Oh, ich auch! Der schießt nicht, Mann! Okay, diesmal Sola, ich nehme Rache! Warte, 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 lass mich schon die töten! Nimm Sola, nimm Sola! Danach kannst du mich töten! Nein! Oh, das ist doch nicht wahr! Hier die Scheiße! Oh, Mann! Ja! Ich hab's! Ich hab's! Maxime, drehe die Waffe weg mit! Ich seh das! Warte mal, Kevin hat mich doch mal! Ja, warte mal, wir töten, wir töten Kevin! Kevin, alle auf Kevin! Wow! Du warst so uns! Ihr wehnt zuerst! Ich wollte gerade ausrichten! Ich hab's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017